Frau Baterle, warum möchten Sie Gemeindepräsidentin von Niederbüren werden? Durch meine langjährige politische Tätigkeit kenne ich auch, was dazu gehört zum Gemeindepräsidentin zu sein. Diese Aufgabe reizt mich, weil sie sehr vielseitig ist und man Kontakt auch mit der Bevölkerung hat. Ich bin der Region vernetzt und verwurzelt. Das ist die Region, die mir gefällt. Ich bin zuhause und würde mich da gerne weiter betätigen.